Antenne Vorarlberg Mahlzeit kann man hier nur sagen, in Feldkirch beim Daniel Mayritsch mit seinen Gästen. Frage in die Runde, wie schmeckt es euch? Super! Daniel, du bist der Grillmeister? Ja, heute schon. Aber nicht nur heute? Mal, ja, ich grill eigentlich schon viel, ja. Eigentlich immer so, wie ich dich mitgekriegt habe. Ja, das heißt, ich war bei 25 Mal schon. Wow, das heißt, du bist voll erfahren. Wie war das heute so? Ist es eine Herausforderung, mal was anderes? Ja, mal, dass die Gitarre auf dem Grill ist, das sieht man selten. Eigentlich, wenn ich am Grill bin, aber es ist echt besser, wie ich denke. Also es ist echt, du hast mich überrascht. Die Avocado gelungen. Wunderbar. Wunderbar. In diesem Falle, ich habe auch schon ein feines Läutchen gekriegt hier. Und da werde ich jetzt mal reinbeißen. Bin schon gespannt auf den gegrillten Spargel.